Was ist die Arbeit der Wesen? Schön, groß und sinnflut. Ich glaube, dass es in Zukunft so sein wird, dass die normalen Menschen quasi freilich in der IRN-Anstalt gehen und sich entspannen lassen, um sich vor den sogenannten Normalen, die jetzt auch zu schützen eigentlich. Und ich weiß ja genau, was ich tue. Und zu mir hat einmal die Vera in Österreich gesagt, den größten Trottel haben sie zum Sonnkontest geschickt. dann habe ich darauf gesagt, es ist kein Problem, wenn man dumm ist. Ein Problem ist nur, wenn man es nicht weiß. Und für das habe ich auch viele Bücher lesen müssen. Die ganze Weiterkommission geißen von mir auf. Geh im Heim und lasst sich der Heimwehretyp herflecken. Was macht ein Noctur-SK, wenn du ihn triffst? Eine zackte, die kalte Schulter. Ein Schwertfisch, habe ich selber gefangen, ein Schwertfisch. Und nach dem Hohelzeh ausgestockt, obwohl ich rausgestockt. Die Polizei, was macht sie? Pass auf, ich lasse mir einen Bären aufbinden, den Bären auf. Das ist mir egal, den Bären auf. Englisch Fress lieb. Englisch war fresssüchtig. Wenn du Gäldis verstehen willst, wenn du singen und tanzen und sein wird bist, dann musst du fresssüchtig. Der die Zeit soll versorgen sein. Ich steige auf diese zwei gelben Waren auf und singe dazu passendes Lied Hoch auf den gelben Waren Dörf ich vielleicht noch diese Sterntagsbetze? Dörf ich vielleicht noch mal? Dörf ich sie denn noch? Na? Na der unteren Leben! Und so durchdrehen ist es sehr reinigend, ich fühl mich nachher immer sehr frei und die Leute hoffentlich auch.